Ich bin Marco Bühl, aber eigentlich nimmt mich jeder Büchse. Ich bin ehemaliger Skirempfahrer und die Fotografie hat schon immer einen grossen Stellenberg für mich. Und mit der Leica Q habe ich wirklich eine super Einstieg in die Leica-Welt. Mir fasziniert der Fotografie die Schönheit der Landschaft, der Natur, von meinen Bergen. Und ich sage ganz bewusst meine Berge, weil ich ein richtiges Bergkind bin. Wenn ich richtig gute Fotos machen will, dann nehme ich die Leica Q-Med. Die deckt alles ab, was ich brauche. Sie ist einfacher Handhabung, sie ist nicht schwer und sie hat einen super Akku. Und sie ist enorm leistungsstark. Ich finde die Kombination Ruhe und Action sehr spannend. Bei der Suche konzentriere ich mich wirklich auf die Ruhe. Und Action habe ich, indem ich eine Bergtour mache. Ich gehe irgendwo an einen Ort, wo nicht jeder Licht herkommt. Ich will ja etwas tun für mein Foto. Ich will es quasi verdienen. Es ist handwerklich ein herausragendes Produkt. Ich kann sie wirklich bei allen Temperaturen und bei allen Elementen einsetzen. Vor allem was mich fasziniert hat, ist ihre Range von ISO 50 bis ISO 100.000. Und da kannst du unglaublich damit spielen. Es ist ganz schön, was dann für Bilder herauskommt. Die Anzahlpixel ist so hoch, dass alles ist gestohen scharf. Ich glaube, dass die Leica zu mir passt, weil es Qualität ist. Weil es einfach sehr hoch stehend ist. Bei allem was ich mache, will ich Qualität haben. Ich will etwas haben, was Bestand hat. Etwas, was langfristig hält und mich begleitet. Von dem her, wenn ich richtig geniale Fotos will, dann nehme ich meine Leica mit.